holen wir es lieber hier runter so die zwei die waren aber jetzt nicht so schwierig außer dass andere vergiftet wurde da können wir aber ein bisschen gegen heilen oh hahaha nein 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 nicht gut kompletter rückzug hoch was das sei ja danke So. Gut. Ja, genau. Schleudere den ruhig in unsere Richtung. So, dass ich ihn backstampen kann. Und jetzt noch den Wurm weg. Das klappt ja eigentlich alles soweit ganz gut. So, hier durch. Ein paar Mal von der Versteinerung getroffen werden. Das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, André ist immer noch vergiftet. So, da sind meine Seelen. Gut. Ähm. So, das war ein schöner Backstep. Jetzt rolle ich mich aber weg. Denn ich habe auch nicht genug Ausdauer. Wow. Au. Ungut, wenn Havel auf mich losgeht. Und ungut, wenn die Steuerung wieder spackt. Ähm. Geh weg, Havel. Au, 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 au. Hä, 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 hä. Okay, Havel ist wieder hinter mir hier. Hä, hä. Wow Okay Okay, ärgern wir mal den Bogenschützen ein bisschen und habgieriger André wurde besiegt. Komm, einer muss mal sterben. Okay. Au. Das war Doom-Kombo. Das war die Doom-Kombo. Nächster Versuch. Wäre Havel nicht die ganze Zeit auf mich gegangen, wäre das viel besser geklappt. Aber ja, ich brauche auf jeden Fall beide. Sonst wird das nämlich nichts. Und ich muss mich wirklich auf den Schwertkämpfer konzentrieren, also den Dual-Schwertkämpfer. Der, glaube ich, dieselbe Rüstung sogar trägt wie ich. Äh, so. Oh, fuh, boh. Ähm, nicht so gut. Besser. Besser. So. Den Backstab, das war klar. Oh, und André ist runtergefallen. So, umdrehen, warten, bis die beiden kommen. Alles, was sie anlocken, hier runterlocken. Ich habe mindestens einen Gegner gesehen, der jetzt da von da oben gleich runterkommt. Gekommen ist. Kommt noch rein, ne? Hm, nö. Au. Ja, nicht gut. Schnell, 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 schnell trinken. Puh. Meine arme Seele. Meine arme Seele. Au. Das war nicht so geschickt. So, das war besser. Und vielleicht probiere ich mal eine andere Taktik, einfach mal mehr aushalten. So. Und rein in die gute Stube. Au. Das ist nicht gut. Das ist echt kacke, hier zu kämpfen. Ja, kannst ruhig zu mir kommen, Havel. Ich hoffe, meine anderen beiden Kumpels kommen auch gleich. Mhm. Äh, nein, Havel mag ich nicht. So, Havel Backstam hingegen finde ich okay. Okay. Genau, Havel greift Alphys an. Wir beide kümmern uns um ihn hier. Hey, das klappt ja wie geschmiert gerade. Hätte ich nicht sagen sollen, weil Alphys ist gleich weg. Und ich habe ziemlich hohe Blutung. Äh, ich habe keine Ausdauer mehr. Okay. Äh, wo ist der Weg nach oben? Au. Ist egal, wo er ist, ich sterbe. Ja. Da wäre der Weg nach oben gewesen. Ach, kommt echt ernsthaft. Diesmal lief es fast so gut. Ich bin halt solo in diesen Dingern nicht so gut, deswegen habe ich die Pantone mit dabei. Also, das würde ich die drei einfach alleine machen, aber... Das würde auch nicht klappen. Ähm, und es nervt mich wieder, dass es schon wieder so lange dauert, bis ich die kaputt kriege. So. Mächstes lief dies... Das dieses Mal geschmeidiger ab. Und das hier auch. So, runter. Hier durch. Gut. Warten, bis die beiden hinterher kommen. Alphys habe ich. Wo ist André? André kommt. Okay, runter. Jetzt warten wir, bis der Gegner hinterher kommt. So, das war hoffentlich der Einzige. Und dann auch noch der Giftige. Ne, da ist noch der Bogenschütze. Also hier, das ist ein Z事. Und dann bin ich noch mit der Tasünde, das bin so viel mehr ohneехter der Ange Aber wenn ich also noch Welcome auf jetzt rausgebelte. Ich habe dann dabei... Danke. Und bitte.